ich habe mich auch nicht gewaschen so ladies wollen wir jetzt hier mal ein paar werden waren menschen töten oder so oh ja lass uns menschen töten ja einfach oder so dann machen wir doch einfach mal machen wir ja ich glaube das habe ich noch keine stunde gespielt dann machen wir das doch aber das spiel ist das spiel 16 16 16 ja tatsächlich dann kann man töten sagen dann ist das in ordnung ach so okay sonst wäre es besiegen genau betäuben habt ihr den film schon gesehen nein immer noch nicht ich glaube mittlerweile warte ich tatsächlich besorgen auf dvd rauskommt oder so guckst noch dvds blu-ray entschuldigung jetzt sagt mir da bitte nicht du guckst keine 3d blu-rays keine uhd blu-rays 35 euro das stück für obli kein problem der ist nämlich studiert er hat unendlich viel geld ja ich sehe schon das liegt mit dem das liegt an dem geld was er auf der straße einsammelt mit dem leute an pöbeln ja 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 so liebe zuschauer sagt mir mal solch die musik anders oder lieber ausmachen du hast zuschauer ich ja ich glaube einer mit zwei sind heute sogar ja so groß auf geht es leider doch nicht so ich bin ich bin übrigens das ist mir kraft du bist voll hübsch ne ich wollte gerne outfit und jetzt übertreibst du aber was willst du denn von mir heute hä das ist ja alle was ist denn mit dir los streit bist du aber streit ganz als imperiale müssen wir die punkte einnehmen oder teile den letzten kontrollen wir müssen sie abwehren ob das ist relativ eindeutig ich bin tot ist okay eigentlich brauchen wir dich gar nicht warum ist ja heute gemein zu mir jetzt ganz lieb da wird es auch nicht haben es ist nur weil ich mit meinem gefühl nicht umgehen können ja jetzt geht auch deswegen bekommen alle her verdammt alter die brettens hier ich glaube wir waren einfach schlicht und ergreifend auf den punkt dann komme ich von allen seiten ich habe mich klar macht sinn oberschön auf den radark so ich bin völlig überfordert gerade alter deine meinung interessiert mich nicht ja mit fünf prozent energie aber ich bin blind weil ich die telekomaner zum partner habe ich ein partner bei dem ich mich freuen kann ich bin auch tot deswegen kannst du so ist wollen wir da gleich hat schott ist voll nett dass es ein bonus dafür gibt dass man dass man endlich mal wieder gemacht nach dem man schlecht war die ganze zeit echtes gibt's rückkehrer bonus ja das habe ich schon oft gelesen stimmt weggebund ah bin blind hilfe hier kann man eigenen ja kaum von den gegner unterscheiden ja stimmt alles so sandfarben aber die mit den grünen köpfen sind tendenziell gegner was macht ein darklot hier strandurlaub wie kann man denn eigentlich dieses deutschen machen hat sich das einer gemerkt was du denkst du schon also ausweichen diese ausweich rolle rechts und links im stolz kreis ja doppelt kreis ich dachte ich habe Doppelkreis 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 wie Doppelkreis auf kaste tatsächlich das wird soll was geht nicht immer oder als hat es eine muss das muss das laden oder so ich bin ich eigentlich der einzige Bizim Aa adalah ich bin mir sicher etwas machen gewalt auf ja ich hole mich gar durch den sand sehe jeder was er kann mir gestern jemand gesagt brot kann schimmeln was kannst eigentlich du beschwert sich dass ich nicht nett zu dir bin ich würde sagen das war definitiv weniger nett als all das was ich heute zu dir gesagt hat ja das war aber der spruch war ich gut was habe ich für eine beknackte waffe hier sag mal kommt rock war eigentlich noch auf vhs kassett aus sicherheit sicherheit dass wir sind ja jetzt wieder im kommen habe ich gehört recht ehrlich zum glück habe ich meinen kassettenrekorder nicht weggeschmissen ich habe von gladiator noch eine vhs kassette das ist toll ich gucke mir trotzdem nicht an weil ich hab mal auch auf blu-ray ich hab wieder so ich habe wieder so probleme mit allergie langweilig sollte vielleicht mal so tabletten nehmen oder so dagegen meinst du es hilft ne ich glaube nicht eine ganz spezielle art von allergie die roll lionitis muss ich mit blasterpistolen noch einen einzigen kopfschuss noch glaubte ich krieg den hin ich auch nicht aber schön dass du an mich laufst die bewegung von darglott sieht sehr komisch aus so auf geht's kommt viel witziger was ich seine bewegung zu sehen und die geräusche der anderen zu hören bist du ach da hast du ja woher weißt du dass ich auf glatzköpfe stehe das total toll die kann man so schön streicheln und mit speisefett einschmieren ich sehe sie da schon tatsächlich aber ich bin tot und kann das denn her ehrlich naja die opfer des krieges sprichst du uns vor allem von mir ich habe mir jetzt klar hat mich besiegt german let's klar wie heißt der wo ist denn der german let's ach tatsächlich es gibt doch auch diesen diesen youtube kanal german let's play ja aber ich glaube nicht dass es der ich glaube auch nicht da war er wieder und der art 280 wir haben einen kontrollpunkt erobert wir machen das ich hatte damit definitiv nichts zu tun german falsch geschrieben recht hat gar nicht geachtet german ach tatsächlich es ist doch richtig oder nicht ja dann ist es wahrscheinlich german 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 let's play mein kill stimmt jetzt hat er es auch ja geil du hast den flieger aufgenommen hast du den flieger aufgenommen ja mach mal komm das ist echt cool du musst nicht fliegen du musst nur schießen ja mach das mal hier baller sie mal weg die sakratten wenn ich hier auf das ganze spielfeld einfach alle die sie per one shot zu können du kannst nicht sagen ich gebe euch mal deckung oder keine deckung ohne scheiß ich werde beschossen ich denke es ist auch voll spannend hier oben drin zu sitzen und runter zu schießen kommt zu der die kommt zu der die ach shit das hier noch einer hier muss irgendwo ein nest sein hat jemand das nest gesehen so tag leute hier ist der krieg folge mir da wo die toten alle riechen was auch nicht nur wollen wir den gar nicht erobern ne ein paar sind glaube ich baden am strand schade verschwendet ich hab den spitzenspieler ausgeschaltet ach komm oben steht einer auf der scheiß hütte obendrauf auf diesen was auch immer es ist jetzt berechtig erobern den punkt hier alleine was ist denn los mit euch schade bei dem einzigen wo einer drin ist jetzt zwei schade und jetzt haben wir jetzt habe ich ihn auf jeden fall erobert schade jetzt habe ich das arschloch mal oben runter gebombt wie sie es gehört gerade arschloch ich habe sie gesehen ich habe sie gesehen verdammt ich auch komme ich war weit genug weg von hier bei dem bi-lauer schade ich sterb auch bei jeder granate doch meine güte schoss ich hab ich hab im echten leben welche mit einem bein weiter gelaufen dass hier voll die Pussy ich nehme jetzt sich über der Kiste versteckt und umgeflägt bei der Sand an Augen hast da und sehr gut ich bin Schatz auf dich oh shit viele Gegner viele Gegner macht ihr das Alter viele Gegner ist definitiv sehr stark den Auftrag abgeschlossen Alter das und da war das war der Held gern wird schon wieder der Gärten der lieb mir auf den Sack ach das gibt es doch nicht schon wieder gerne allmächte ganz gut schreiben wird darüber bewertet muss er ganz klar prioritäten setzen ich sehe nichts hilfe ich bin blind kacke ich bin tot wer steht er stirbt weiter ist einer neben dir schade dark lord kleiner tipp schießt schießt auf die gegner nicht auf mich das hilft total glaub mir ich versuche die punkte aber ich glaube es geht nicht ich muss mein schreibtisch unterfallen das funktioniert einfach nicht mehr das ist wie auch so ein deprimierenden rückkehrer bonus die primären ich jetzt den punkt eigentlich oder reicht das nicht vor und hinter uns ja das ist absolut war wir haben schon so zum viertel kommen nur versetzen war einfach ein zwei leute von uns einfach mal auf die aus austausch bank auf die reservebank nein nein das ist doch scheiße wie kommen wir so weit vor hoffentlich war unsere verteidigungsseinsons angriff zum arsch ist ist auch so glaube ich so so hat zufällig jemand einen roten schild kulten panzer dabei der wäre jetzt gerade sehr hilfreich ja gut wenn du jetzt den punkt einnehmen muss am ende ist das immer sehr verlustreich dadurch in die folge ist und angreifst dann schaffst du es nicht die sind aber irgendwie auch auf allen seiten sag mal wo seid ihr eigentlich macht ihr was von hinten ist dass unsere leute sich nicht vor alter das ist echt ein problem einfach mal die tollen die ball die uns hier um umgangen haben wenn wir jetzt einfach mal den punkt rein raschen würden machen wir das kommen als team wir tun wir so als wären wir ein team wir raschen jetzt einfach mal rein tun ich ja so wir sind es auch ach so ich also du bist tot sich gerade recht war also weit weg von einem team das letzte was ich getan habe so bin hinter euch planaten raus und jetzt rein ja rein da russian rush 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 russian ist so toll auch noch jemand da ja ich bin auch noch da hier ich ruhe hier voll also halb nicht voll ab aber halb jetzt mich tot ich auch aber was gibt die gewissen davon ein bisschen jetzt zwölf zu zwölf ja doch das ist fühlte sich fühlte sich schlimmer an immer noch bei der Führung das wird es gern Aua Aua nicht auf mich warum auf mich auch waren sie können nur nicht die Brücke hier halten zuerst es ist auch Hilfe so unglaublich sind wir nicht werden sich die Brücke noch hat schießt mich mal lieb um mit da noch ertreiter Aua A During UTV Oh, verdammt, was habe ich nicht geachtet. Ich stehe im Schild, da schießt sie jetzt irgendwie, ich wirf der Graate gegen Schild, die halt auch nicht durchgeht. Da kommt einer von der Seite und kippt mich da, aber ist egal, ich habe mich trotzdem gefordert. Schon wieder von Germyn. Hier ist echt was los, ne? Ach komm! Entschuldigung, ich musste kurz motzen. Jetzt ist wieder einer hinter denen und die checkt es nicht. Also zwei Minuten hätten wir ja noch, ne? Könnten wir jetzt die letzten zwei Minuten vielleicht ein bisschen konzentrieren? Nicht dieses Larifari, was hier gerade, ne? Ja, echt mal Leute, streck dich mal ein bisschen an, bitte. Ach, wenn doch alle so viele Leute töten würden wie ich, dann wäre das hier, dann würden wir das hier auch ganz schnell schaffen. Dann wären wir alle richtig schlecht. Ja, komm! 16 zu 15, positive Kill-Death-Statistik, ne? Ja, 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 das ist so wahr. Ey, ich werde immer beschossen, egal wo ich bin. Das ist, das ist so rassistisch. Nur weil du schwarz bist. Weil ich rebell bin. Ich bin Rebell. Achso, ja, stimmt, nur weil du Rebell bist. Das ist schon rassistisch, das ist wahr. Sollten nicht benachteiligt werden, nur weil wir uns für die Rebellen entschieden haben. Das ist... Welcome to the jungle! die 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 Seite hat inzwischen keinen Sinn mehr geht immer wieder rechts rein ja hier ist frei ist ein bisschen dann laufe ich gerade rein jetzt die Geistregeln hier Arschloch... ich hab schon wieder gesagt ich bin aber auch unaufmerksam das ist aber wirklich zum Tag Lord jetzt noch einmal kurz vor Schluss hier Leute das kann doch nicht so schwer sein ey also irgendwie gefühlt sind die Gegner ja echt überall ne ich glaub nicht nur gefühlt die sind tatsächlich überall aber wir gehen auch nicht rein ganz ehrlich selbst wenn wir das probiert ist so scheiße im ganzen Team das ist halt einfach das Grundproblem bei diesem Spiel finde ich die der Spawn von dem ist zwei Meter von dem Punkt entfernt wir brauchen irgendwie müssen aber der letzte Punkt soll ja schwer sein ja man ist ja nicht schwer da kommt es ja drauf an dass man wirken dass man wirklich mal zusammen da irgendwas reißt und das hat ja gerade mal so gar nicht geklappt ja das ist halt aber wenn nicht mal wir vier schaffen uns miteinander abzusprechen dann wie sollen wir das in der großen Gruppe schaffen das ist klar der kann er nicht mehr schreiben von so einem großen Rocket League die traurige Musik sie spricht so meine Gefühle aus du hast du keine traurige Musik ich hab die Musik ausgestellt im Spiel ach so die ist voll die passt gerade zu unserer Gemütslage ja ja wir probieren es einfach nochmal komm komm äh so ein bisschen ähnlicher aber jetzt spielen wir Gefecht jetzt geht es wirklich nur darum uns gegenseitig zu töten das ist ähm das ist super das können wir ja so gut da brauchen wir einfach eine gewisse Grundaggressivität und dann läuft das ganz von alleine dann lass versuchen sie mal schön beieinander zu bleiben und dann geht das auch gute Idee noch so ein Geistesplatz das war schon der zweite heute Abend aber ne danke wieder hab ich so meine Momente ja die müssen wir nutzen also Rowlion bist du's? hast du Ruble gesehen? komm komm her komm her komm her komm her nein nein du sollst zu mir kommen komm her komm her komm her komm her ich hab dem Mädchen Stimmen 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 hehehehe ah zwei zwei doofe haben sich gefunden so auf geht's komm hier hier geht voraus sterbt und ich klau euch die Kills ok ja sehr gut wir folgen dem allmächtigen Anführer Titelkommander Aua die schießen ja auf uns Aua hallo wir wollen nur spielen voll aggressiv ey voll aggressiv alter wir haben die Oberhand ach unter der Brücke ja klar der Obdachlose hat mich erwischt der Obdachlose der Obdachlose hast du mal unter der Brücke warten ach komm schon ach so ich bin ja wieder da ich komme ich helfe euch ich bin unterwegs bin unterwegs Dark Lord folge mir obwohl wenn du mir folgst dann stirbst du das tut mir verleiht aber das ist so eha ha 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 wehrwärter überdachte wenn irgendwo ein Rowleien oder ein Telekommander siehst dann ähm was gelb und grüne Punkte auf dem Radar öh öh tatsächlich da grünen Punkte grüne Punkte ist ähnlich wie grüne Tabletten. Ne, das sind die mit Smileys. Also ich sehe auf einmal einen grünen Punkt weniger. Kann das sein? Das ist auch hier. Das ist die Teamleistung, die das hier bekommt. Wir töten doch fürs Team. Wir töten fürs Team. Ich kenne mich auf dieser Map nicht aus. Scheiße. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr eigentlich genau seht, dass an dieser Stelle eine Granate fliegt und ihr rennt trotzdem rein? Ne, eigentlich kenne ich das nicht so. Aber ich muss 20 Kills mit Präzisionsgewehren machen. Sind diese einen Dinger hier denn Präzisionsgewehren? Ey, sag mal, Rubli, warum bist du denn so gut? Ey, was ist denn mit dir? Hast du noch andere Hobbys? Alter. Das Problem ist, dir fällt es nur nie auf, dass ich so gut bin. Deswegen kommst du so vor, als wäre ich sonst nicht. Irgendjemand muss ja eure Leistung ausgleichen. Ja, ohne Witz. Entschuldige, ich kommst nämlich einfach aufs Spiel und laber nicht die ganze Zeit. Also, schau, was du bist. Ja, und wenn du noch mal redest, dann kommst du zum Schluss bei rum, ne? Das ist echt, das macht auch keinen Sinn. Genau, deswegen halt, weil ich, ja, meine Leistung ist ein Spielstöcker als mein Zielstöcker. Ja, nee, ist klar. Da oben steht wieder einer auf dem Dach. Ich hasse diese Stelle. Ich schlöre jetzt, 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 der heißt Germen Let's Pla, wenn ich bitten darf. Wer es nicht verdient, dass man den Namen so ausspricht, wie er es gerne hätte. So, jetzt bombe ich erst mal das Sackgesicht von dem Turm da umrunde. Ah, wenn ich einen Turm finde, ich weiß nicht, wo es ist. Egal. Hilfe, ich werde beschossen, ich verliere Energie. Warum und woher? Ach, hier, Froschgesicht. Oh, ich werde verrückt. Allmächt. Aber die Waffe ist für diese Karte nix. Hallo, German Girl. Schön, dass du da mit rein schaust? Ich freue mich auch. Super, danke. Die McGrath geht's auch super? Ja. Ja, das geht so. Oh, wir haben sogar gleich schon mit dem... Oh, jetzt haben wir gleich schon mit dem... Schreibt euch mal an, Leute. Das geht echt so nicht. Hi an alle im Chaps. Voll. Ich brauche Energie. Gib mir Energie. Ah, shit. Ich bin tot. Hat nicht gereicht. Ha. Na ja. Die Armbrust. Pass auf, du bist ganz schön verletzt, du bist jetzt mal, ne? Alter, das war knapp, du. Hier bei Dark Lord auf dem Dach gespawnt und fast gestorben schon wieder. Läuft, läuft, wir sichern das Dach. Feind erfasst sich, warum? Ach, das gibt's doch nicht. Wieso kriegt ihr mich denn One-Shot, ey? Infanterie, schatz. Ich hab's Armbrust in der Hand. Ja, die hat mich auch schon ein paar Mal erwischt. Ich kann dieses Rebellen-Pack nicht leiden, ich weiß auch nicht. Das ist wirklich... Wem sagst du das? Das ist auch noch schrecklich. Es gibt eine Sache, die mach ich mal richtig gern mit dem Rebellen-Pack. Ich erschieße sie gerne. Ah, so. Na, so lange das die einzigste Sache ist, die du gerne mit ihnen machst, ne? Ich seh den gar nicht, Mann. Ja, man, let's plan. Ich sag deine Pisser. German, let's plan. Ich verfluche dich. Ist nicht dein Ernst, oder? Intelligente Rakete? Ich hab in diesen eineinhalb Jahren nicht einmal mit diesem Gadget jemanden gekillt. Aber er kriegt sich der Witz. Ohne Witz. Wahrscheinlich auch sein erster Kill damit gewählt. Ja, freut sich total. Ja, die wird direkt mit der erschossen. Ey, schon wieder. Das gibt's doch alles gar nicht. Und ich krieg noch um 100% Assist. Ja, kenne ich. Habe ich auch schon gehabt. Sehr, 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 sehr oft. Boah, im Wärtingsbums. Ich krieg diesen blöden Jontys 2000 nicht eingeholt. Das ist unglaublich. Das war ein Punkt mehr als ich. Oh, oh, Rebellen? Ha, 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 zwei auf einen Streich. Ist denn heute schon Weihnachten? Was war denn das, Alter? Der ist so ein mega Elektroschocker. Der dich in den Kippen hat. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Robli, lass den Telekommander in Ruhe. Tut mir leid. Aber ich dachte, er mag das, wenn ich mich hinter den Sporn und unter den Schleiber und... Ah, links wird wenigstens nützlich wärst. Ja, das sagt der Richtige. So, jetzt bricht er noch einen Ehe-Streit aus zwischen den beiden. Na, super. Oh, Alter, die haben was gewonnen. Die brauchen nur noch einen Wärmverlangen. Ja, das war aber echt knapp. Leute, jetzt mal erwarte ich, dass ihr euch ein bisschen mehr anstrengt. Er begreift, du warst da auch voll gut. Geil, wen das noch geschafft? Keine Ahnung. Cheater. Ja. So, was ist das da, grüne Scheiße? Ja, ich bin so vulgär. Ich bin so vulgär. Das geht, der Kommandant? Ja, ja, ja. Ich war mir jetzt auch nicht sicher.